Pfingsten ist ein christliches Fest. Die Menschen feiern es am 50. Tag des Osterfestkreises, also 49 Tage nach dem Ostersonntag. Aber was feiern sie da eigentlich? Die Entsendung des Heiligen Geistes. Er wird oft als Flamme oder als Taube dargestellt, um ihn zu verbildlichen. Die Pfingstgeschichte steht im Neuen Testament. Damals hatten sich die Jünger beim jüdischen Schawattfest versammelt. Dort kommt auf einmal der Heilige Geist auf sie nieder. Es heißt, da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Plötzlich konnte also jeder die Jünger verstehen. Das nennt man heute das Pfingstwunder. Es steht theologisch für die Aufgabe der Kirche, alle Menschen anzusprechen. Egal welcher Nationalität oder Ethnie sie angehören und welche Sprache sie sprechen. Pfingsten ist ein Fest der lebendigen Kirche.